Ach ja, da war ja was. Ich sammle derweil fleißig Holz, ja? Oder brauchst du auch Steinen jetzt? Hast du schon Steinwände? Weiß ich nicht. Gelernt. Okay, hier sieht's gut aus. Komm, Poppy, wir ziehen's durch. Was ist denn da so schwer in meinem Rucksack? Versteht das gar nicht? Die leeren Wasserschleuschen oder was? Die 1000 Bären hier? Wahrscheinlich die 1000 Bären, wa? So, ich bin gleich drüben. Ich fresse, ich fresse. Ich brauche Platz im Inventar. Sie ist auch drüben. Wie ist sie? Kommt nach Hause, ihr zwei. Bleibt noch die Gefahr von diesem komischen Raptor, der hier rumgewuselt ist. Ach, aber nicht den Stein, Mann. Du sollst den Baum hauen. Ach, da ist noch ein Dino. Warte mal, ist die doof oder was? Oh Gott, ey, sie lebt. Sehr gut. Nehmen wir zu einem anderen Baum. War jetzt die Heimat? War hier die Heimat? Soll ich nochmal einen Fackel anmachen? Soll ich nochmal, soll ich da vorkommen? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich bin hier richtig. Ih, verdorbenes Fleisch. Ja, ich bin hier richtig. Der Stein sieht sehr dunkel aus. Ich bin zu Hause. Weil es noch so hell ist. Ich komme. Ah, ich komme langsamer als gedacht. So, Poppy, herzlich willkommen in deinem neuen Heim. Meine Süße. Wir haben schon was durchgemacht. Ja. Nicht ne gute. Mann, das war ja was. Oh Gott. Entschuldigung. Hallo. Darf ich vorstellen? Poppy. Soll ich Poppy mal den Sattel bringen, oder was? Moment, die Klangro... Mir klingt fast nicht gut. Ne, ich hab's gehört. Ah! Er steht direkt vor mir! Nein! Poppy? Wir haben was zu tun. Geh mal weg, Poppy. Jetzt tue ich dir weh, wenn ich da drauf hau. Poppy? Poppy? Poppy, folg mir mal. Komm her, du kleine Pissnäcke. Echt? Ich fuhre jetzt hin. Hast du Angst vor meinem Dino, wa? Hast du Angst vor meinem Dino? Ja, 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 ja. Ähm. Hm? Ähm. Poppy rennt dir hinterher, ne? Denk dran. Ich weiß. Poppy kämpft auch mit mir. Gut, ich sag's nur mal. Das schalte ich gleich aus, aber... So, wir brauchen also... Rennt es da noch rum? Ich hab noch geklopptes Fleisch. Die kleine Rotzgöre versteckt sich unter Poppy. Guck dir das mal an. Ne, will ich gar nicht sehen. So, weggehen von Poppy. Also. Entschuld... Ja, genau. Kackauf ist drauf. Richtig so, Poppy. Oh, Kacke! Ja, pass auf. Unter der Kacke ist das Vieh. Ja, ich seh's. So, herkomm. Ah! Alles gut. Poppy. Alter. Alles gut. Ich staun' doch da auch. Kannst du nicht machen, sowas? Äh, äh, äh. Äh. Es geht nicht kaputt. Poppy hat schon gelevelt. Was kriegt sie denn mal? Weiß nicht. Gewicht? Es geht nicht kaputt jetzt. Oh Gott. Meine Fresse. Gesundheit. Oh Gott. Ich stehe direkt vor ihr. Oh ja, Kackehaufen. Super. Endlich wieder Thema. So, lass mich kurz denken. Wir brauchen Schutz. Richtig? Richtig. Äh, 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 äh. Ja. Hast du jetzt einen Sattel für Poppy? Warte mal. Rein theoretisch müsste der jetzt drauf sein. Ist er aber nicht. Äh. Okay. Wie? Warum? Warum geht das nicht? Ach so, vielleicht muss ich den Sattel. erst in die Hand nehmen, warte mal. Also, bei mir wird ein direkter Menü angezeigt, ihr mit Sattel ausstatten zum Reiten. Ja, aber das ging gerade nicht. Dann wird mir nur mein Menü angezeigt, deswegen. So ging das nicht. Ich versuche das anders. Nehme es, ich nehme, ich nehme den Sattel. Ich will sie streicheln. Ich nehme den Sattel. Ich nehme den Sattel. Okay, das geht schon mal so nicht. Habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges hier? Nochmal. E. Äh? Ja, und dann? Doppelklick ist es. Oder? Oder hat er jetzt auf? Ne, hat er immer noch nicht auf. Gibt es eigentlich irgendwelche Fortschritte, ähm, die Bete betreffend? Oh, scheiße, ich muss was essen. Rüste deinen Parasaurus, äh, röste einen Parasaurus damit aus, um ihn, äh, äh, ach, ich muss aufs Sattel ziehen. Ja, das macht Sinn. Oh, so, läuft. Geil. Habe ausgestattet. Hihihi. Lass ihr uns anbehalten. Ne, dreh dich mal um. Hallo. Uhu. Gott, wie steuert man das Viech? Äh. Ja, geilo. Tschüss. Nicht auf unsere Bete trampeln, du. Bring holz mit. Na, aber. Wir brauchen nämlich, Poppy, Poppy braucht ja einen Unterstand, ne? You know. I know. Ja, ich wollte einfach einen Zaun drumherum bauen. Ja, komm, ich will auch. Ah, oh, aggressive Poppy. Agro-Poppi? Ich mein Tee komplett vergesse. Ups. Poppy hat einen Baum gefällt. Mhm. Ging auch nur knapp an den Beten vorbei, du. Mann, das ist aber eine gewöhnungsbedürftige Steuerung. Hm. Einen Saurier steuern ist schwierig. Sag mal, kann ich denn hinten das Dodo-Gehege abreißen? Ja, da müsstest du ja auch Material zurückbekommen. Ja, ja, genau. Ich frage nur. Ich kann doch, müsste, ich kann doch alles abreißen, oder wir brauchen uns doch erstmal nicht mehr. Ne, erstmal nicht mehr. Ach, meine kleine Poppy. So, wir brauchen jetzt auch noch einen Männchen. Hm? Ach so, jetzt kann ich ja Folgen aktivieren machen, dann latschen mir die ja hinterher. Das ist natürlich sinnvoll. Ne? Äh, ich will nicht reiten. Ich will gerne ins Menü. Da. Folgen hat die. Oh, hier, den Türrahmen hat die Sau auch, ähm. Ich warte auf den Moment, wo meine Festplatte vollläuft. Oh, die Süße. Wo sind denn diese ganzen kleinen Bäumchen hin? Die so schön Holz geben. Ähm. Wie kann sein, dass die ich also... ...poppy? ...kaput gemacht hab? Poppy? Also, ich seh Poppy. Von hier aus. Sie folgt mir nicht. Wo ist sie? Die steht da herum. Ach, ich wollte was essen. Ich hab immer noch nichts gegessen, bin ich doof. Ja, und ich hab noch Fleisch für dich. Oh, ich hab auch noch rohes Fleisch. Wo hab ich denn rohes Fleisch? Ich hab auch noch rohes Fleisch. Ja, wie hab ich roß? Ach so, von dem Viech. Und ich hab noch ganz viele Beeren. Da hast du. Äh, nee, nicht Leder. Ich wollte, äh, hier Faser. Und hier hinten Leder. Ich glaube, es wäre effektiver, wenn du Poppy mitnimmst. Wieso mit? Ich bin ja hier. Und Holz sammeln gehst und ich währenddessen baue. Ich glaub, das wär effektiver, oder? Ich, muss ich sie einfach nur hinterher? Sie sich damit alles, oder wie? Äh, nee, nee, du kannst es ja dann auf sie drauflegen. Ah ja, okay. Die hat zum Beispiel jetzt zweimal Holz, das klau ich ihr. Hab jetzt schon mal... Warte, kann ich die... Ja, kann ich dir noch, ähm... Hier was hinschmeißen? Für dich? Du sollst aber nicht weglaufen! Halt! Halt! Poppy! Was machst du? Äh, so. Nee, das war ja aktivieren, wandern. Poppy, wo bist du hin? Was machst du denn, du dusseliges Tier? Warte, lass es mich doch gleich machen. Ich hab dir vor's Lagerfeuer was gemacht. Uh, uh. Okay. Haha, ich bin reiten! Ich bin reiten! Ich reite. Ich, ich, oh, ich reite. Wie geil das aussieht, einfach mal. Das ist ja der Hammer. Da boop ich mir reiten. Boah! Und tschüss. Tschüss! Wie, du bringst sie nicht mehr nach Hause. Oh. Ah, Fleisch. Wie geht das jetzt? Ah ja, okay. Sammelt man so auch was? Wie sammle ich denn? Ähm, nee, du musst da absteigen. Du kriegst, also du kriegst mit ihr sehr viel Stroh, aber... Äh, eh. Das brauchen wir ja jetzt gerade nicht. Nee, wieso kann ich jetzt... Wieso kann ich nur reiten machen? Wieso folgst du nicht? Nee, du musst dann seitlich, seitlich an sie ran. Ah, ja, ich sehe schon. Wie viel folgt aktivieren. Okay. Na, dann kommen wir mit. Alter, was... Wer kommt denn hier jetzt gerade? Uah! Äh! Alter, was ist das denn? Äh! Ich hab Angst. Huh! Hallo! Ist das unser Nachbar? Ich hab keine Ahnung. Hi! Ist Poppy noch da? Was? Ja, Poppy kommt. Hallo! Du bist aber klein. Hi. Ähm. Ja, nu? Stehen wir hier und gucken uns an. Ich hab Angst. Hi. Hallo! Hallo! Toll! Ich fäll jetzt einen Riesenbaum. Kann ich den fällen? Komm mich gar nicht ran. Doch jetzt. Jetzt treffe ich ihn auch. Ich dachte, du bist ausgeladen. und stehst du... Ich muss ja auch pro Biddy. Ich muss ja auch pro Biddy. Ich muss ja auch pro Biddy. Die die Dino haben. Ist schon geil. Ach nee, nicht reiten. Ich stehe doch seitlich an ihr da. Inventar öffnen. Stroh... Holz... ...Stein... Es hat gebrüllt, oder? Ja, es ist riesig! Ich weiß, ich hör's bis hier! Ich hör's bis hier! Ganz ruhig näher ran! Ah, nee, lass mal stecken! Mega! Mega! Ich will so einen! Jun, ich will so einen! Warte, ich komm mit Poppy! Ich will auch sehen! So einen will ich! Genau so einen! Okay! Eh! Poppy, wir müssen zurück! Nach Hause! Mega! Ich will so einen! Poppy hängt fest! Hammer! Guckt euch das mal an! Da kann ja niemand mehr warten! Krass! Wow! Wow! Oh mein Gott! Da fliegt er! Huch! Da sind unter mir durchgeflogen! Interessant! Eh! Hab mich verirrt! Geil! Einfach nur geil! Scheiße, ich hab mich verirrt! Okay! Rot und grün ist vergeben! Ich hab wo? Ach guck mal! Da hinten sind wir! Bei dem großen Dino! Ja! Schwierig! Hopi, komm den abhange ich hoch! Ach doch jetzt! Taro! Geil, oder? Mega! Woll mega! Ich will so einen! Hol mir so einen! Ich will so einen! Wieso hol mir so einen? Ja, mach was! Ich will so einen! Jetzt! Ich hab ja noch die! Mach mal so! Ich weiß gar nicht! Hat sie noch! Hat sie noch Bären? Wer? Hopi?! Ja, 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 ja. Hat sie noch! Hallo! Hey! Hallo! Hat sie noch Bären? Alter, Alter! Alter. Ist geil, oder? Riesending. So, gemalt. Äh. Achso, Poppy folgt mir noch. Na ja. Poppy hat schon einiges aufgeladen, wollte ich sagen. Ich wollte Holzwände bauen. Ach so, siehste, dann könnte man ja mal. Ja, ja, Poppy, wir gehen jetzt wieder sammeln, komm. Bleiben die jetzt da so komisch stehen? Ich hab keine Ahnung. Das ist irgendwie gruselig.